Hallo, hallo. Hallo, Early Birdies. Wo ist denn los? Na, in deinem Ohr haben wir aber was drin, Schatzi. Da muss er nicht liegen. Supergrün, Mäuschen. So, soll ich da noch mal was rein tun? Hallo. Was ist denn? Ich hör dich doch. Ist doch alles gut, Schatzi. Ja, genau. Hallo, auf dem Frankie. Yay. Rocky, kommst du rein?